Das ist Naruto 1986, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey Part 87 Schön, dass sie eingeschaltet hat und alles und jetzt mache ich da weiter, wo ich aufgehört habe Und ich gehe zur nächsten Quest jetzt So Danach habe ich in die Stufe 17 Und dann, wenn ich das habe, habe ich Stufe 17 Und passt Hast du es dir überlegt? Tust du jetzt doch das Richtige? Vielleicht Was wolltest du noch gleich? Ich will, dass du Spartas Befehlshaber tötest Und ihre Siegel als Beweis Nun gut, ich nehme an Gut, ich habe zwar keine Genehmigung, meine Männer dafür einzusetzen Aber davon lasse ich mich nicht abhalten Okay Was ist so besonders an den Siegeln? Sie werden nur an wichtige Spartiaten verliehen An solche, die ganze Festungen befehligen Sie sterben lieber, als sich davon zu trennen Also bring mir die Siegel als Beweis für ihren Tod Wo kann ich sie finden? Die Spartaner sind tief in Athener Territorium vorgedrungen Sie kontrollieren Festungen, die einst uns gehörten Lass sie für jeden Schritt büßen Wie lauten deine Pläne? Ich tue, was nötig ist, um die Athener zu schützen und Spartaner zu töten Das habe ich nicht gemeint Sondern deine persönlichen Pläne Eine Karriere geht dich nichts an Aber ich verlange nicht viel Nur eine Anerkennung meines strategischen Genies Ich weiß genug Ich besorge dir diese Siegel, Feldherr Okay, dann wollen wir mal loslegen Okay, dann wollen wir mal loslegen Ja, ihr habt doch immer ein Fehler, Alter Verpisst euch doch jetzt mal Hä? Hä? Oh, nicht, aber... Hä? Hier unten, oder was? Nee Was war da nicht da? Das war so eine giftige Begegnung, nee Das war so eine giftige Begegnung, das war es nicht, nee Hä? Wo ist denn, Henker, ist jetzt der Leute, ist das euer Ernst? Wo ist denn die Quest jetzt schon wieder, Mann? Wo ist denn die jetzt schon wieder versteckt? Neue Drücke und die Questlock zu veröffnen, so Probieren wir noch mal hier Das ist nicht der Ey, Alter, wo ist denn jetzt diese Scheißaufgabe schon wieder? Meine Güter, Alter Wo ist denn die jetzt schon wieder versteckt? Die dreckige Aufgabe Wo ist denn die jetzt schon wieder versteckt? Wollte ich dich jetzt gerade verkrochen Jetzt halte ich nix herab So Oh Hast du mich Warte. Küsse ich mal mit ihm reden hier. Weil. Ich finde die Quelle. Hast du meine Segel schon? Noch nicht. Komm zurück, wenn du sie hast. Äh. Wo finde ich sie schon? Wo kann ich sie finden? Die Spartaner sind tief in Athena-Territorium vorgedrungen. Sie kontrollieren Festungen, die einst uns gehörten. Lass sie für jeden Schritt büßen. Ich weiß genug. Ich besorge dir diese Siegel, Feldherr. Okay. Aber warum zeigt es mir jetzt nichts an? Ja, also warum zeigt es mir dann die Quest jetzt nicht? Warum zeigt es mir nicht an? Äh, sie haben meine neue Quest oder so? Oh. Oh, wenn ich den hier schlagegegangen... Wenn ich den hier... Oh. Stufel Fitzgibbon legendäre Dingle hierfür? Mhm. Ja, Leute. Ich kann keine neue Quest anklicken, wenn ich keine Quest habe, hallo? Ich will mir noch holen, dann gucken, dass ich dann da was aufnehme. Ne, ist klar. Aber ich hasse es, wenn es mir auf der Karte das nicht anzeigt, ey. Ich hasse es, wenn es mir die Aufgabe anzeigt, einfach. Und hier zeigt es an, genau hier, das ist es. Wie es aussehen muss, aber das zeigt es mir nicht an. Guck mal, ich habe jetzt nur das, was ich gegen diesen Perle antreten muss. Aber ich habe dann nirgendwo diesen Markierungen gerade. Das ist gerade der Scheiß. Ich habe hier gerade nirgendwo diese dreckige Markierungen hierfür. Oh, das ist nichts Legendärer. Legendäre sind immer die Dings. Was ist das jetzt schon wieder? Feuer und Gift. Ja, kann man sich von denen hier auch holen, klar. Hm. B. Das ist ja gerade das bekloppteste, weil hier zeigt es mir nichts an. Warte, was bekommt man bei dem hier? Aha. Hier ist so eine legendäre Rüstung, Gift und äh, Ding. Geil. Dann haben wir dann irgendwie auch noch so ein legendärer Sperdhaus. Was ist das schon wieder? Schlüsselbier. Sechzehn ist es. Ja, was anderes ist es jetzt. Hm. Mh. Es war ich. Schiff's war. Oh, mein. Ah, wohn. er ist doch das ist doch beschissen also wirklich näht dann lasst die aufgabe jetzt erst mal hier keine nebenaktivität noch irgendwo hin athen was haben wir hier okay Ok. Was ist das jetzt schon wieder? Ok. Was ist das noch? Oh man. Oh Gott. Warte mal, was ist wenn man den hier besitzt? 14. Das hier, ok. Warte mal. Hm. Ja erstmal wieder hoch. Klettern hier. Sorry, dass ich die ganze Zeit auf der Karte so lange gebraucht habe und alles zum Gucken und alles, aber... Ich will jetzt gerade selber ein bisschen... Dann hier rüber. Komm schon. Hm. Alter, du sollst hier hochklettern, Mann. Und nicht hier rum. Spacknügel. Hm. 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 Dann jetzt hier. Und hier runter. Bäm. Hm. So. Jetzt. Hm. 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 Okay. Dann wende ich jetzt hier den Part zu sehen, zum nächsten Part oder der Naruto 1986. Schreibt mir hin, die kommt da, gibt Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Danke. Will ich mich da drauf geben.